Eigentlich sollte das nur eine Formalie sein. Am kommenden Dienstag wollten die EU-Staaten in Brüssel endgültig über das Verbrenner-Aus von 2035 an abstimmen. Doch nun verzögern. Ausgerechnet deutsche Forderungen das Verfahren, aber offenbar, wie ein Sprecher des schwedischen EU-Ratsvorsitzes mitteilte, wurde das Votum nämlich verschoben. Kurz zuvor hatte Verkehrsminister Wissing in Berlin gesagt, dass Deutschland diesem geplanten Verbot zum derzeitigen Zeitpunkt nicht zustimmen könne. Der Minister bekräftigte seine Forderung, die EU-Kommission müsse einen Vorschlag unterbreiten, wie klimaneutrale synthetische Kraftstoffe nach 2035, Verzeihung, in Verbrennungsmotoren eingesetzt werden können. Und Nachfragen dazu wollen wir bei Michael Grütz in Brüssel. Womit rechnet man denn jetzt? Was könnte hinter den Kulissen geschehen, damit es irgendwann dann doch noch zu einer Abstimmung kommt? Was ich weiß, ist, dass da einige Telefone vielleicht nicht heißlaufen, aber doch eine Menge Telefonate geführt wurden. Denn was man jetzt erwartet, ist das, was Sie gerade angesprochen haben, nämlich eine Vorlage der EU-Kommission, so wie es auch angekündigt und vereinbart worden war, wie eben jene E-Fuels eingesetzt werden können. Das ist Bestandteil des sogenannten Trilogsergebnisses des letzten Herbst. Und darauf besteht die FDP jetzt. Dieser Punkt ist bisher ganz offensichtlich so, noch nicht eingereicht worden. Und darauf wartet man. Und solange das nicht der Fall ist, droht, steht diese Drohung halt im Raum. Und wenn man jetzt abgestimmt hätte, heute haben die Botschafter zusammengesessen, um eine Art Vorabstimmung zu machen, dann hätte es gedroht, dass eben eine Mehrheit und die notwendige Mehrheit für das Gesetz nicht zustande gekommen wäre. Und das wäre dann eine Eskalation gewesen, die man auf jeden Fall vermeiden wollte. Ja, Verkehrsminister Wissing besteht also auf der Berücksichtigung von sogenannten E-Fuels. Kritiker bemängeln nun allerdings, Deutschland vertrete damit vor allem die Interessen seiner Autoindustrie, die ja zu wenig auf alternative Antriebe vorbereitet sei. Was hört man denn dazu aus Brüssel? Nun, also in Brüssel ist man sich relativ einig darüber, dass das Ergebnis dieses Trilogs auf die batteriebetriebenen Autos setzt. Worum es nach meinem Verständnis jedenfalls der deutschen Bundesregierung ging, schon im Herbst ist dieser Streit ja auch aufgekommen und so geführt worden, worum es der Bundesregierung ging, das, was da immer unter Technologieoffenheit beschrieben wird. Also, dass man dieses Fenster offen lässt, ob es nicht möglicherweise doch irgendetwas noch gibt, womit man einen Verbrenner umweltschonend betreiben kann. Und dass man sich diese Möglichkeit, und auch wenn es nur eine Möglichkeit ist, nicht einfach streichen lassen will. Das ist das, was man vereinbart hat. Das ist das, worauf man jetzt auch besteht. Und genau das ist der Punkt, an dem es weitergeht. An dieser grundsätzlichen Frage, dass man an der E-Mobilität festhalten will und sie vor allem fördern will, darüber gibt es, glaube ich, in Brüssel keinen Zweifel. Ja, aber gegen diese Abstimmung gab es ja nun durchaus auch Vorbehalte aus anderen Ländern. Neben Deutschland hatten auch Italien, Polen und Bulgarien signalisiert. Sie würden gegen das Verbrenner ausstimmen. Was für Einwände haben denn diese Länder? Nun, man darf nicht vergessen, dass es ja sehr viele Länder in Europa gibt, die sehr an den Arbeitsplätzen der Automobilindustrie hängen. Das ist nicht alleine Deutschland. Natürlich spielt das in Italien auch eine Rolle. Es spielt auch sogar in Ungarn eine Rolle, auch wenn deren Abstimmungsverhalten im Moment nicht ganz einzusehen ist in dieser Frage. Es geht letztlich um die Frage, was kann das alles bedeuten? Und schließt man möglicherweise andere Fragestellungen einfach per se aus, ohne zu wissen, ob die Technologie, auf die man jetzt setzt, nun wirklich das Allheilmittel ist? Denn eins ist ja auch klar, wir haben jetzt im Moment zwar Rekordzulassungen bei E-Mobilität, aber was passiert, wenn 80% der Autos mit Batterie getrieben werden? Also die Auswirkungen, glaube ich, sind, was Rohstoffe und so weiter angeht, natürlich noch nicht ganz klar. Und das ist jedenfalls dann die Argumentation derjenigen, die sagen, warum sollen wir uns eine andere Technologie, auch wenn sie im Moment nicht effizient ist, warum sollen wir uns die jetzt schon sozusagen verderben? Also das ist eine Frage auch, wo es möglicherweise um ideologische Überlegungen geht. Jedenfalls ist die weiterhin offen. Und jetzt erst mal vertagt. Und man wartet darauf, welches Signal tatsächlich aus der EU-Kommission dazu kommt. Tja, aber das Ganze sorgt nicht nur in Brüssel für Zündstoff. Auch in Berlin, sagen wir mal salopp, ist ordentlich Dampf im Kessel. In der Ampelkoalition hatte es ja wegen dieses Themas Verbrenner aus. Zuletzt ja schon ordentlich gekracht. Die Grünen hatten da eingelenkt. Aber was für Konfliktpotenzial bietet das Ganze jetzt? Naja, was man sehen kann, ist, dass das ja zum Wiederholten mal Konflikte sind. Auf bestimmten Feldern, die immer wieder aufs Neue auftauchen. Ich erinnere nur an die Diskussion, die es im letzten Jahr gab, angesichts des Kriegs. Wie kann man die Energiesicherheit in Deutschland gewährleisten? Als es dann nochmal um die Verlängerung der noch laufenden Atommeiler ging, gab es ja eine ähnliche Debatte, die auch erbittert geführt worden ist. Um das Auto wird diese Debatte seit geraumer Zeit erbittert geführt. Und diese Diskussion um die E-Fuels ist sozusagen auch ein Symbol dessen. Immer wieder tauchen also bei diesen Umweltfragen, bei den Kernthemen von FDP und Grünen, übrigens eben auch hier in Brüssel, nicht nur in Berlin, immer wieder diese gravierenden Konflikte auf. Und der nächste ist ja schon programmiert. Denn wenn denn dann die Atommeiler tatsächlich auslaufen sollen, bis Ende März, Ende April, wird ja die Diskussion wieder aufkommen. Verlängert man sie nicht vielleicht doch nochmal? Also ein dauerndes Thema. Und ich habe den Eindruck, dass die Bundesregierung noch kein geeignetes Mittel gefunden hat, um das dauerhaft irgendwie zu befrieden. Dankeschön für diese Information. Michael Grutz nach Brüssel. Michael Grutz nach Brüssel.